Uh, K-Wam-E. Es ist K-Wam. Das ist so richtig ausgesprochen, ich weiß es nicht. Let's go. Okay, was kommt? Ich habe überhaupt keinen Plan. First reaction, first time reaction. K-Wam. K-Wam. Yo, K-Wam. Ich dachte, das wäre jetzt Ami-Rap, aber okay, warum denke ich das? Das kam so vom Beat her komplett. Ist auch geil, an die nächsten Titel. Okay, let's go. Okay. GG, Leute. GG. Das ist ein Streamender, ihr verwöhnt mich heute. Ich persönlich finde den Song jetzt schon, kommt er auf die Playlist drauf. Ich weiß nicht, was es ist. Ey, es ist... Check. Hey, es ist... Ich hab Kopf-Flow, während ich diesen Beats erreicht. Mach ich kein solcher Rap, Kartoffelsalat mit Dönerfleisch. Keine, du sag warm, du bist anders, bist ein Rapper mit Stil. Die heutigen Flows hört man auf der Straße zu viel. Der Beat macht bei dem Blacko, der im Block wohnt. Lass dich sagen, bei dem Fucker, da drüben ist der Funkloser. Du Pisser, hast dich beim Chatzen verschätzt. Versuchst mein Flow zu erreichen, aber du hast gar kein Netz. Jeder der nicht checkt und denkt, der Track ist gescheckt. Hört mal bitte aus Respekt, meine Lyrics sind der End, denn ich bin fresh. Versuchst man Oh Gott. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Es ist voll geil. Es hört sich einfach so an, als wenn du wirklich einen Ami-Rap-Song nimmst und den ins Deutsch transferierst, aber ohne irgendwie Fremdschämen oder so, dass man denkt so... Gar kein Netz. Jeder der nicht checkt und denkt, der Track ist gescheckt. Hört mal bitte aus Respekt, meine Lyrics sind der End, denn ich bin fresh, fresh und funky to the death. Du bist wack, schlecht, deine Rhymes sind gar nicht echt. Ich mache smooth, wie dein letzter kleiner Penner. Wenn deine Rhymes-Klasse sind, bin ich um die Klasse besser. Der Allesmacher, Biggede-Pum-Chakalaka. Ich bin ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, noch nie so was gehört. Ich habe noch nie so was gehört, was sich wirklich so eins zu eins gut transferieren lässt. So weißt du, es ist wirklich kein Scheiß. Ich habe das Gefühl, ich bin im Ami-Rap, aber es ist so native. Ich verstehe alles so. Weißt du, was ich meine? Ich muss mir den Typen merken. Ich brauche heute wirklich ne... Was ist da los? Darf ich mal eine Frage, was das du war? Duva hast du das empfohlen. Shoutouts gehen raus an Duva im Discord. Das ist auf jeden Fall clean. Bin, bin am Schreiben. Tag und Nacht über 32 Bar. Und der Jippe kühlt mich ab. Wir häkeln das auf 30 Grad. Nach meinem kalten Barst. Brauchst du ne Ladung, Rippo start. Hau die Competition back to back in den Winter. Schlaf, knallharte Lines. Dagegen sind deine Kicker. Weil du Pussypats bringst, bewerb für dich mit Fiskas. Ich bleibe strong, wie Go-Ripo. Wenn's geile Limit ist, wer ist Neil Armstrong? Ich zieh durch, wie Bruder Nick an der Bombe. Gib dem Beat auf die Fresse, bis er gar nicht mehr Bombe. Hab tonnenweise Texte in mein Neibzucker genommen. Und wenn du diesen Track mich feierst, gib rüber zum nächsten Song, Pussy. Wer bringt den Sound für dein Ohr, der dir mehr Komfort gibt als Matratzen im Concours. Es ist Guam. Motherfucker, es ist Guam. Ich find's so nice. Gefällt mir so gut. Sack den Pissern und den Wack MC. Sack es ihm. Sack den Pissern und den Wack MC. Sie können nach Hause fahren, wenn ich komme. Wow. Hey. Yeah. Okay, Guam. Quam. Es ist auf jeden Fall ein Banger-Track. Vielen lieben Dank, dass ihr ihn empfohlen habt. Ich bin wirklich hyped. Der hat mir richtig gut gefallen. Ich muss mir den Typen merken, dass es wirklich sowas von gut ist.